Ich kann sofort zurückgehen, das wüsste ich gar nicht. Interessant. So, wenn ich hier's verkaufe... Jo, genau. Dann habe ich nämlich meine Rabadons fertig. Und jetzt mache ich 470, 80, nicht 430. Und dann hole ich mir jetzt die Gegner noch schneller. Und jetzt brauche ich auf das AP-Item, äh, das AP-Vieh hier. Diana, ich brauche Blu jetzt. Zeit, um dich zu sehen. Diana? Oh, Mann, ey, ich hasse sowas. Das schönste ist, wenn die Leute das dann sorry sagen. Und dann auch im Endeffekt, Oh, ich mich für solche großen Showguards. Oh, wer ist? Hallo, Esrael. Na, du. Alter, hau dir irgendwie. Na, löchelnde Sinn. Na? Ja, komm, guck mal, guck mal, guck mal. Der stirbt. Was war, das war drin. So, ne Sinn. Oh, aua. Hallöchen. Schurke, Lust auf ein Tänzchen? Ich frage mich, ob da meine ganzen Leute hin sind. Ach, hier sind alle da drüben auf einmal. Okay, das war jetzt, äh, milde gesagt, scheiße. Was hole ich mir jetzt noch als letztes? Ähm. Ich bräuchte vielleicht noch Sonja's. Hab aber jetzt schon das Buch geholt. Hm. Interessant. Ich könnte mir noch das da holen. Ability Power plus Spellramp. Der Spellramp könnte mir gefallen, weil ich ja auch, äh, AP bin. Und, ähm, ne Menge Schaden kassiere. Könnte mir der Spellramp doch gefallen. So, da ist Shogart. Trifft noch nichts. Er hat auch nicht wirklich tolle Items in irgendein Fall gestehen. Er hat auch zwei Items voll. Er sieht nur groß aus, aber ist nicht groß. Oh. 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 Das ist alles blöd. Nene, 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 nene. Nicht so, Frau Lai. Nicht so, Frau Lai. Ich nehme es auch vom. So. Es takes a lot of effort to move like this in heels. So. All too easy. So, 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 dann geht es nicht mehr weiter, da war gerade irgendwas mehr im Jungle drinnen. Da verschwindet bei uns auch. Oh, oh. Hilfe! 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 Ja, das ist einfach krass, danke schön. Danke für die Hilfe! Jetzt sterben wir alle. Darum waren wir das jetzt so klar. Diana wird getrapped. Was machen die da eigentlich? Ich will es gar nicht wissen, wenn ich ja nicht bin. Das sieht einfach nur bescheuert aus. Ah, ich habe ja noch ein Item, dann kommt mir noch Sonja. Ohne ich von Koffner. Ich habe noch den Garten Angel, kann auch machen. Schau mal auf Chinesisch, bitte. So, ich habe 9-5-11 von meiner anfänglichen 6-0-6-Score oder was, oder 6-1-6-Score, ist nichts mehr zu sehen. Schade eigentlich. Jetzt geht es weiter, Evelyn, hier, go, go. Da baut sich gerade irgendwas hin, das ist ein... Blitzcrank! Blitzcrank! Du bist nicht halt so. O Gott! Die Nacht ist mein Krieg. Lol! Neuuu, 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 neuuu. So, go, go! Jetzt komm! Zeig mir das, was kannst du, Chocard. Ja! 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 so eine falle oder ich bin aber auch ein paar komische platzierung was seine ulti angeht so gut so gut so gut Your pain is my pleasure. Boah, jetzt. Okay, das die viel zu gut haben. Don't go on, Fritz. Unsichtbar. Oh, oh. Kommt da noch jemand von uns, Nigel. Das war's. Hm, ah, da kommt Diana. Ah, so schnell bin ich nicht da, das kannst du vergessen. Sooo. Solange du Sinn nicht da ist, ist ja alles okay mit meinem Rumlaufen hier, was bald der Sinn wiederkommt. Wird's doof. Ich muss in die Jungle gehen. Du musst in die Jungle gehen. Du musst in die Jungle gehen. Ähm, ja, ja, gut. Nicht? Hat es geschafft? Das wäre natürlich geil. Ja, das stimmt aber nicht, dass man aufpassen sollte, dass Schugard gefeatet bleibt. Denn ohne ist Schugard sehr sinnlos. soo. So. Okay, klar. die wollen sich in esrael aber ich konzentriere mich auf den sinn schade es schafft es aber auch nicht nicht gegen mich kann es vergessen der rennt aber ganz schön gut weg gegen vier leute hat er keine chance der sinn ist doch hier nicht da also ich habe mich bestimmt nicht vor deckel so ganz kurz hier hinten den farm weg machen ich habe jetzt nicht damit gerecht ich dachte die konzentrieren sich gerade auf die anderen das war jetzt ein fehler meinerseits es ist ein kurm zu stürm die 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 ein bisschen länger durch. Ich habe jetzt auch 3000 mittlerweile, also das ist auch ordentlich. Huch, Herr Heiligen, was willst du? Ich habe es nicht geschafft. Ich wollte mich noch durch die Wand porten, aber es hat nicht geklappt. Wir sind doch einfach ein bisschen zu stark für mich. Da kommt jetzt das... und... ja, genau, wie ich das sehe. Komm zu Wagen. Killt den Fiss, Alter. Nice, und das war's. 3, 2, 1, 2. Was? Okay. Jetzt holen wir uns hin da noch. Und dann sind 2 Vom Gegner ausgeschaltet, ja, momentan. Ich bin dann gleich wieder drin. Äh, Oho ho, oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus, das sieht ja nicht gut aus, Carthus, hallo, hier... und tot und auch der ist es und tot und tot und tot und tot Go! Go, 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 go! Boom, 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 boom! Oh, ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr! Ich geh mal mit der Ulti öffnet, aber... So! Oh, oh! Hm, es klingt mir nichts, wenn ich hier stehen bleibe. Da kommt Blitzkrieg. Oh, hm, Bearing gemacht. Schade eigentlich, ne? So, und... Guck mal, kommst du mit? Dann geh ich halt auch noch kurz weg. Na, da kann ich nicht. Und, go! Und, go, go, go! Komm doch her! Ich tränke dir den Shit auch gerne. So, okay. Da wurde ich getötet von vieler mehr. Aber das Team kommt voran. Ich hole mir jetzt gar den Angel als Selbstbesitem. Hätte ich es vorher gut, hätte ich das nicht überlebt, aber... So, haben wir es jetzt auf jeden Fall geschafft. Wir haben noch vier Leute, die den Baron haben. Nicht beckeln, ihr habt noch ein Gegner. Leute, noch ein Gegner, ihr habt es gleich geschafft. Oh mein Gott. Vielleicht wollte ich ja noch rausziehen. Also, wenn das jetzt als eine Folge rauskommt, ja, dann habt ihr aber Glück gehabt. Dann wird das wahrscheinlich die hundertste Folge oder so. Wegen der Länge. Pogmar bleibt da. Das ist sehr gefährlich. Er ist alleine. Pogmar soll jetzt nicht zurückgehen langsam. Oh mein Gott. Jetzt soll er aber echt weggehen. Dein Team hat ein Verkauf. Ohhohoho. Er hat ihn einfach fächs. Oh, das ist gut, ey. Go and push. Ich habe es verbergen. Das ist gut, ey. Jetzt kommt er aber... Oh, jetzt hat er ein Problem. Ich helfe den Tresch hier mal ganz kurz. Your inhibitor is respawning soon, into the night. Go go Eve. Go go Eve. Go 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 Eve, go 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 go. Go go go. I pushed the woodШ he lets the wave. Ich würde gerne über 200 Farben kommen, merke ich gerade. Warum hole ich ihn? So, ein Farm fehlt mir noch! Oh mein Gott, ein Farm! Den will ich doch haben! Schnell, schnell, schnell! Oh, ich habe ihn noch bekommen. So, jetzt werden wir das Video gerne weg machen. Ich habe meine 200 Farben bekommen. Oh mein Gott, das war knapp jetzt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Vielleicht für das die 100. Folge. Ich weiß es doch nicht für die 100. Folge. Und ansonsten beim nächsten Mal. Und adios, meine Lieben! Tschüss!